Willkommen, Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von PlayerUnknown's Benz mit dem Dennis, dem Kevin, dem Ben und wir sind hier gerade in der Ruine gefangen, wollte ich schon sagen, gelandet und wir werden jetzt alle hier töten. Sind auf jeden Fall zwei noch neben uns gelandet und mal schauen, ob wir überleben und eine wunderschöne Runde spielen. Ja, hier sind schon einige, ne? Oh, hier ist einer, hier ist einer. Patrick, warte, warte. Geiler. Kriegst du noch, Patrick? Äh, Köln? Boah, fucker. Hey, was? Oh, scheiße. Nein. Er hat ein Bastard, ey. Oh, schau, die Rasse. Die sind zu zweit, zu dritt. Dennis? Die stehen hier zu dritt mit Schrot und allem drumherum dran. Hey, man, man. Dennis ist jetzt auch drin. Jawoll, Bonte, jawoll, Mann. Ey, da haben wir uns nicht gut geschlagen, ey. Ja, ich hab jetzt auch nicht ernsthaft gekämpft. Hä, wie alt ist der denn, Alter? Was? Hey, man. Go away. Jawoll. Go. Okay, 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 come to me. Come, 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 come on, man. Come, come. We are friends, okay? We are friends, okay? What's your name? Okay, what's your name? Okay, Max, come on, come on. Let's go. Where are you from, Max? England. Oh. I am from Germany. I am from Germany. Where are you from? Yo, yo, yo. How are you? Ten. What? 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 I've got three kills because I killed a team. I won't kill you though. Is your team all dead? My team is dead, yes. Uh. They are, they are. They are. They are. They are all dead. Uh. Okay, we need a weapon. Yeah, yeah, yeah. I'll let you kill my team. I kill your team? Yeah, you can kill my team. They are up there. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Haha. What does that mean, man? Haha. You see a young man who plays a player on our battlegrounds and says, I'm going to kill them. Ask him where his mother is. Mr. Jack is dead. Come on, mate. Come on, mate. Come on, come on. Okay, okay. I have you. I'm going to look for again. 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 Okay, of course, I'm going to look for a bastard. Give him my weapon. Hey, mate. Come to me. Come to me. Have a weapon. Come to me. Come to me, man. Come on. Let's go. Okay. We are friends, right? Yeah. Okay. I dropped the weapon. If you kill me, I kill your family. Okay? Yeah, 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 yeah. Okay. Haha. Take it. Man. I trust you, okay? I trust you. I trust you. Okay. Okay. Where should we go? Where do you... Where do you want to go? Yeah, we're friends. Okay. Okay. Take this, take this. I open the door and you can go, okay? Let's go. Let's go. Are we sticking together or are we not being friends? Yeah, 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 yeah. We're friends. But shoot, shoot... Okay, come on. I think he shoots me right in the back. Why? Hey, mate, mate. What are you doing? I won't kill you. I won't kill you. Okay, let's go. Come on. We need the car. We need the car. Okay? Okay. Yeah, yeah, yeah. It's actually... It's actually forbidden to do what we're doing. We shouldn't teaming, right? If not that we're banned. Yeah, it can be, right? 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 Because the game starts with the car. Yeah, of course. Why do I hear you completely double? Because Patrick is kind of like... Are you good with the SKS? Hey, mate. Yeah. What's your name next? Max. Okay, Max. Okay, Max. You're ten years old. Yeah. Ten. Oh, I'm good at this game, so it doesn't matter. I'm seven. I'm seven. I'm seven. A joke. Oh, no. You're like twenty. Thank you so much, man. I'm forty. I'm forty. I'm forty. Cookies. Hi, mate. Yeah, I want to hear. No, but you can do your microphone. Hey, hey. We need a car. The zone is very... Oh my god. Holy shit. There are probably no cars down here. Okay. There might be a buggy. Oh, there's a road. I'll go to the road. A road. That's a road. That's a road. That's so geil, immer dieser englische Akzent, ey. Is it so besser? Ja. Yo. Also, eigentlich... Mach doch einfach ingame auf Option dann Sound aus, Patrick. You can... You can... You can... You can... You can... You can... We need a boat. Or a car. A boat or a car. Okay. Only this place. I'm new. You look for a car. Okay. I'm looking for a boat. There's one already... No, there's one. Hey, mate! Come on! No, there's one, right? Come on, come on, mate. Come on, it's a boat. Come on. Oh, yeah. We can drive. Yeah. We can drive. Yeah. Do you have a driver license? Yeah. Okay. But I have to put my ship on. Okay. If I don't put my ship... You are a driver, okay? You are a driver, man. Boah, alter, ganz ruhig brauchen, ey. Ey, ich hab keine Ahnung, aber es ist einfach grad lustig. Okay. Let's go, man! I set the marker. Da sitzen immer wir zwei. Oh, geil, ne? Gleich so... Error. A boogie, a boogie! Eh? A boogie! A boogie! Can't! A boogie! Ah, ah. I mean a buggy! A boogie, ey! Okay, a boogie! A boogie! A boogie! A boogie, boogie! A boogie, boogie! A boogie, boogie! A boogie, boogie, boogie! A boogie, man, ey! Do we have no school today? nicht we got six weeks off oh der jungen Mann Sommerferien 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 sorry man kann ich fahren ja, natürlich du bist der beste Fahrer Was ist dein Favourite? This game Okay CSGO, vielleicht You're a clone of me Which run? Global Offensive Yeah Ah, okay Oh man, you're a good driver Yeah, thank you Watch out, the blue zone is coming, man Okay We have to go Hammer Also da spielst du einfach PlayerUnknown's Battlegrounds Ich weiß, Teamen ist eigentlich verboten, aber es ist ja eigentlich lustig Und äh, der sagt, ich soll sein Team töten Der will ja auch selber die ganze Zeit fahren Jetzt bringt er mich wahrscheinlich irgendwo so eine Folterhalle, wo ich gleich hinkomme Eigentlich find ich's geil, wenn du den mal fragen würdest, ob jemand aus seinem Team noch lebt und ob er nicht da hinfahren kann Boah, wie assi wär das denn? What about your team members? Are they still alive? Oh man! Man What about your team members? We can kill my team members They're on They're not far away They're far away Okay I'll let you get the kill Okay man We can take their loot Oh nice But what about when If we come first and like Who has to kill who? Okay Okay I have the feeling that it's just a 10-year-old in England Geil Also, ich habe ja schon viel erlebt in diesem Spiel, aber das ist einfach ein Traum Auch wenn das gerade nicht gegen die Regeln ist, aber es ist gerade irgendwie lustig Das ist Emo so 10-jähriger Max in Emo in England Und spielt einfach hier gerade, äh, Flair aus Battlegrounds und bringen uns beide nach oben Oh nice, Flair man! Oh! No! No! You're a Stuntman! Yeah! Do you like Rango Siege? Oh yeah, yeah! Oh god Ich glaube das ist der, der über die Kommentare schreibt, ey das habe ich vor 10 Jahren übergespielt, weißt du das ist der? Geil 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 Der Dildo Swaggans lebt auch noch Ey fährt der jetzt wirklich zu dem Team, Alter? Let's loot up here Oh oh Sind die da beim Haus oder was? Wo sind sie? Wo sind sie? Hier Oh, meine Freunde sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind in einem Auto, sie kommen nach uns Komm in die Haus Komm in die Haus Let's get in die Haus Okay man Okay man It's not a trap Oh no, it's not a trap A trap? Okay It's not, it's not Okay, okay Okay, okay Let's get in the boogie In the boogie I'll loot this Ist das geil Their car, do you hear it? I'm gonna kill them Guys, do you want to be friends? You're gonna be friends with us? Are you gonna be friends or are you gonna try and kill us? They're coming up, they're coming up, come on Let's kill him, come on man Okay He wants to be friends though Bleib doch jetzt mal um Should we kill him? Ich weiß ja nicht, dass du da bist He does another car Da ist noch eins Oh, da kommt noch eins I'm gonna kill him Guys, do you want to be friends? My friends up here Where's my friends? Warte, 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 warte Don't kill my friends Don't kill me 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 Ey teammate is Aber das ist Banngrund Das darf man nicht No Nice one, nice one Der Pannert einfach los Zins versions Also Gott ey Oh개a gaukeen /. Oh I'm dead Warte Hast du mit dir getötet? Warte mal. Lass mal warten. Ey, hört man nix mal. Wie hieß der? Ich weiß es nicht, ey. Warum hast du nicht gewartet, ey? Der hätte das schon gemacht. Der war voll drin, Alter. Wir machen mal hier einen Schnitt und gleich kommt die richtige Folge. Sorry, Leute, das war geil. Das war wieder. Curry, Patrick und der Ben auch wieder am Leben. Ich muss ganz kurz einschreiten. Der Max, also wirklich netter Junge und so, aber eigentlich ist das absolut gegen die Regeln und da machen wir die Nummer, ne? So, wollte ich nur mal gesagt haben. Also bevor da wieder in den Comments, jetzt da wieder Armageddon hoch 20 ist, war jetzt einfach mal lustig, aber ich konnte jetzt auch nicht übers Herz bringen, den zu töten, ey. Ich weiß auch nicht. Der war so nett, der Max. Max, wenn du das hier siehst, ne? Heaven I die. In a boogie. Ich finde das so cool, den Akzent von so Engländern, ich mag das voll. Okay. Wer ist denn britisch? Finde ich sogar besser als amerikanischen Akzent. Mag das. Habt ihr was schon, Jungs? Champagne-Helm. Nice. Pistole. Patrick ist tot. Okay, ich habe eine AKM. Hey, warum bist du tot? Hast du das nicht gesagt? Ich habe gesagt, tot. Achso. Ich habe auch tot verstanden. Ich bin tot. Wie ist die Stufe 2 bester bei mir, Patrick? Oder Ben oder Curry? Das brauche ich nicht. Achso, was brauchst du nicht, ne? Ich sehe keinen Schaden, ne? Du wirst nicht getroffen. Beim Paddy fliegt die Kugel so BAM ab, weißt du? Ich habe eine Scar, ladies and gentlemen. Wer eine M4 findet, ich tausche gerne. Oh, eine M4, geil. Guck mal hier. Was macht er denn Leo da, weißt du? Ja, die Folge kommt übrigens heute am Montag, ja? Also heute noch. Wir nehmen die auch am Montag auf. Und morgen, Leute, ist tatsächlich der letzte Tag, an dem ich einmal noch nerven darf. Morgen sind wir das letzte Mal im PlayNationTV-Studio. Ich habe eigentlich überlegt, ich weiß, was geil ist, wenn wir am Schluss das alles so kaputtgeschlagen hätten. Alles kaputt machen, genau. Ich bringe morgen Hammer mit. Das ganze Nubeo einfach kaputt machen. Ne, hast du auch bei dir Leute im Haus, Patrick, die Hammer haben. Ich kann es da mitbringen einfach. Ne, ne, die machen das mit den Fingern. Ja, sogar Bohrer dabei. Ich habe überhaupt noch gar nichts, ne? Ist hier überhaupt irgendwas, Alter? Ja, wir sorgen dir, was Bronzes ist. Keine Sorge, Mann. Kapitalismus ist sowieso überbewertet. Ich gehe mal kurz hier hoch. Gucken, ob der Bronzes, ich was für einen Bronzes finde. Ne, Curry, lass mal bitte nicht so weit trennen. Lass doch mal nach unten gehen, oder? Wenn ich habe hier was für dich, komm mal, komm mal. Und diese Richtung gehen kann man über Süden, oder? Nein, guck mal hier. In welche Richtung? Danke. Ey, das sind wichtige Granaten, Mann. Die könnt ihr doch nicht aufs Spielsitzel. Lass mal Richtung Grün gehen. Alter. Grün. Da habe ich aber geblendet, ey. Hier ist auch eine Einer Weste, Ben. Eine Einer Weste. Ja, komm, das zu weg weitergehen jetzt. Ne, wolltest du oben auf dem Balkon nicht eine Zweier Weste. Wo denn? Da habe ich, die habe ich genommen. Hier, bei dem Haus. Achso. Egal, scheiße, wo eine Weste ist. So, hier, wenn mein Auto steht. Können fahren. Nice. Jetzt echt, oder was? Ey, Patrick, warum machst du so Witze, Mann? Ey, ey. Du, los, Bruder. Ich dachte, ich kriege das noch flott, aber es... Was hat der Bronze gesagt? Ne. Ich habe keine Lust mehr. Bronze ist traurig, glaube ich. Mach mal los, dann, habe ich so. Ey, das ist mal voll scheiße vom Blut hier, ne? Ja, ich habe überhaupt gar nichts. Ruhig, ruhig, ruhig. Links ist Dutch, ja? Oh, da bohrt einer, Leute. Ich höre irgendwas. So, das ist mal Patrick. Da kommt ein Auto angefahren. Ja, das ist das Problem, halt. Es tut mir leid, Leute. Es wird hier ein bisschen gebohrt bei mir. Ich höre das gar nicht. Ey, jetzt höre ich das auch nicht mehr. Ich denke auch mal, da kommt ein Auto angefahren, ey. So ein Mutterrad mit dem Max drauf. Hallo. Hallo, guys. I'm back. Boah, die Bomben kommen runter, wenn das... Boah, Alter. Ey, was war das denn? Ey, Patrick, warst du das? Naja. Das ist gut, hast du einfach dagegen geschossen. Naja. Boah, der ist geschossen. Der lebt am Limit, ey. Lol. Absolut. Zwar mir schon offen, Leute. Wir sind offen, Leute. Vorsicht. Nicht, dass hier irgendwo jemand ist. Ich meine, es ist nachbar, aber du hast ja gar nichts. Warte mal, ich gehe mit der Bombe. Mit meiner Schutzplinte kann ich sowieso nichts machen. Hier ist ja alles eh schon gelooset. Ey, ist offen. Wir müssen weiter, dann. Und ich hatte hier einen Hallo-Dreh-Imbos. Wir müssen eigentlich links runter zum Auto. Dann können wir gleich losgehen. Wow. Das ist echt mies hier vom Blut her. Boah, hier ist alles weg. Ähm, hat einer eine AR oder so? AR? Ich habe eine Ska. Nimmungsfeuerdämpfer. Kannst du mir gehen. Ja, das kannst du da draufballern. Was hast denn du für eine Waffe, Curry? Eine AKM. Boah, Alter. Wenn jetzt weiß ich, warum wir nichts gefunden haben. Die haben alles schon genommen. Thank you so much, man. Hat jemand eine Pistole für mich? Nee, ne? Oh, hier ist einer gestorben. Wenn jetzt... Aber der hatte nichts. Ich würde in Richtung Norden runter, weil da stand ja das Auto. Du könnt zur Tankstelle... Hier ist noch einer gestorben. What the fuck, Alter? Ja, hier sind Nobis. Ja. Ja, lass mal das... Ich gehe mal das Auto holen, okay? Das ist aber schon ein Stückchen weg, ne? Ja, ja, ich weiß wo. Ich komme gleich wieder, Schatzis. Bleiben alle hier im Dorf, ne? Let's go to the boogie. Der Curry passt auf euch auf. Wollte ich mich zum Westen schon mal laufen? Hm. Lass doch mit Dennis mitgehen. Nicht, dass da gleich irgendeiner kommt und den da irgendwie... ...sonst was macht. Du musst eigentlich Patrick nur vor mir haben, weil er ist ja ein Schutzschild. Der hat ja gesagt, alle Kugeln fallen ab. Ja. Bei Motorradhelm, ey, bin ich unbesiegbar. Jo, alles klar, Bombenzone, natürlich. Ey, guck mal, die Karte ist wirklich ohne Witz so groß und wir kriegen die Kacke immer wieder ab. Das ist immer so. Ich glaube, wir stinken irgendwie oder so. Boah. Irgendwas, irgendwas ist da. Bleibt mal ihr lieber da am Haus sehen, weil das schafft ihr nicht mehr aus der Zone raus. Mikrowellen-Rouget machen. Huguette. Die sitzen da in der Hütte. Und packen erst mal. So, ich bin in dem Auto. Bin wir ganz alleine hier, ne? So, süß so. Weißt du, noch damals im Teltlager? Kokorillas Abbau nach Mexiko. aber lass uns jetzt nicht da durchfahren oder wer da schon mal gucken gehen ob wir ob wir finden da ist glaube ich noch nicht auf oder alarm verkauft der 12 ok es ist gar nicht einfach mal mit und bringen dann alles mit genau wenn das egal hier ist noch eine uzi kannst du vielleicht mitnehmen dennis ja hast du noch nicht frei ist vorbei auch so gerne so wo ist er denn hier rechts rechts im nebenraum hier immer noch besten patrick im kleinen es würde echt keine gute rufen wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt ich habe eine schrotplitte ja es gab ich schon auf jeden fall für ein und und noch nicht mal eine gute schrotplinte will ich dazu sagen es ist diese diese zweiläufige ihr könnt euch schon mal so der bewegen jungs würde gerade westen gehen würde nicht überfahren jetzt oder wir haben schon mal ein stück soll man dahin also wer möchte ich gebe ich lege einfach gleich die skada hin und ump habe ich hier leute dann siehst du da müsste herkommen nämlich noch ein paar neun millimetern warum ihr habt doch bestimmt ein auto hat doch mal ja weil ich die sache der dann ist auch kein slot mehr frei ja warum bist du ihr wofür ist der kofferraum denn da das wäre geil warte ich bringe mit fragt den unbekannten spieler doch mal aber das kann leider auch nicht mehr mitnehmen aber wir können euch abholen ich hole euch mal eben warte mal ja es macht kein stress hier alles cool alles kohle service wir kommen wenn wir im krisisraten ja es ist auch alles offen weise ach ihr seid schon noch weiter komplett komplett weggelootet hier ja hier in diese richtung sind die nicht gegangen da hinten ist auch die sind nach oben gefahren wo ihr halt seid da wurde gelootet aber richtig krass aber wenig taxi sie haben rufen ja das haus jetzt zu patrick das linke vorsicht einmal großraum taxi da bin ich höre hier zu gehen mal rein hier in die hütte ich bin gar nicht da freut sich hier einen scheiß auf das haus kommen wir haben nun mal geht ja leider nicht ne doch man kann doch hupen angeblich ich habe nie gehört ich meine schon ich gucke mal wie denn eigentlich wohl doof dass man es nicht kann doch doof dass man als beifahrer sich während der fahrt nicht verbinden kann war sinnlos ich komme mit dem shuttle service hier der tarometer läuft jetzt echt so momentan einmal zehn schuss für die ump ich möchte ich muss sich solche mal sauber machen ja wohl meine augen und herr der okay komplett mit so ump leute das war das war ja aber wie das aussah weil das rollt so auf mich zuweiten keine munition und jetzt noch okay hier ist die ump hier im nebenraum alles lustig ist auch direkt benzin ich drop hier die scar also ich würde die ump nehmen oder oder wenn was willst du dann gehe hier rein patrick hier ist die ump ich nehme benzin alter wie das aussah jungen ich hab da so drei löten so die köpfe da so weißt du die sitzen einfach voll gechillt ich brauche mal eben drei löten drei löten also einer ok wir können weiter nach oben fahren ne ne ich hab nix wir haben noch gar nichts mit scopes ach leute ihr seid doch so klar aber wir können direkt weiter die häuser hochfahren weil da wurde auch glaube ich noch nicht gelootet ich bleibe jetzt hier mit ben bei der ich habe noch drei koffer den können wir gleich mal aufteilen oh guck mal da kommt der bus oh ben ja hier alle zur bushalte stelle per anhalter fahren hallo ist das die 509 dann ist die 509 nach äh wie heißt die stadt wo seid ihr die stadt dumm dumm nächste haltestelle milter kaffee 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 hallo hallo ich finde es aber lustig wie die granaten so am gürtel hängen ne einfach so ein oh auto hinter uns aber fährt aber weiter fährt jetzt weg aus meiner stadt oh man ey komm lass uns verfolgen wir hätten direkt verfolgen müssen der party und ich äh am wo ne an wann war das party am samstag kam die folge samstag ja ja alter panik nicht so ne geile folge gemacht sowas ich ganz im auto der gefahren das war so lustig oh warte mal vielleicht trock der ja ja ich glaube nicht ja nicht hier oder geh mal hier in das haus daneben an wir haben einen roten wenn jemand will ein dort weiter hier oben ist eine schufe 2 weste wenn du möchtest ja der hat schon den job kommen sie rein bonze come in and find out come in and find out come in and find out das war mal früher das spruch von du glas kennt ihr das noch ja 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 vor allem voll lecker ein spruch was soll der aussagen alter come in and find out ey bonze warte mal ich hab noch was ne antithese guck mal hier bonze ich hab mir zwei sachen hingelegt ne antithese ganz oben ganz oben ganz oben liegt auch noch was für dich ein paradoxo nice boah armbrust wer will die alter boah in dem tell alter ich glaub die nehm ich mal mit jetzt jetzt ernsthaft und sie hören zartes buch ne ne ich mach es gar zwei hülf komm ne ne wo ich mitkomme wenn du dich schaust ne die ist geil aber du musst halt schon ja du musst halt hitten ne braucht noch jemand einen hoffentlich ist das kein one hit wonder ha 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 müllungsfeuerdämpfer hätte ichs noch einen kann ich noch einen kann ich noch einen kann ich noch einen kann ich noch attachen ja wenn noch jemanden hoch attachen kann ich noch ich hab hier noch ein erweiterungsmagazin für die mp den nehm ich mal mit oh ja kannst du mir das geben ja alter schalldämpfer mit nem ähm revolver mit schalldämpfer ist auch geil oder hast du einen schalldämpfer achso ja aber kein ar schalldämpfer ne ne leider nicht mann oh ich hab mal kurz den max nachgemacht äh griff für die ska oder so ne 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 leider nicht noch nicht gewollt sechs wochen sommerferien und dann battlegrounds spielen ja der der max der ist im traumland jetzt aber guck mal das ist so geil ne das sind einfach so ferien die leute die haben die müssen nix machen so weißt du die können einfach zocken ey voll geil bei uns hier ist tatsächlich ein griff ich hab einen griff gefunden eigentlich wie ein youtuber oder ich hab einen vertikalen handgriff ne ne kannst du mir eben kurz das erweiterte magazin rüber reichen ja klar hier zack und ne holo hab ich für dich guck mal ähm ich hab noch einen kompensator für AR ja brauche ich nicht wie so auf dem bazar weißt du ja ich hab einen handgriff auch für die ska nice ok brauchst du nicht mehr ne nur noch ein mündungsfeuer für die AK du kannst den griff noch für die UMP haben oder wer hat die UMP ich hab die UMP aber ich hab einen griff ok brauchst du noch einen griff alles im griff ja ich brauch noch einen magazin sonst für AK aber sonst ich hab noch hier 9mm für die warte mal hier für die UMP boah geil wie viel Muni hast du denn jetzt was der alles hat der ich glaub nicht ich hab für ne AK was meinst du du hast so ne Ska achso du hast so ne AKM jetzt geiles Moppet alter Moppet power way to hell ok hat jemand einen Erste-Hilfe-Koffer ja 2 ok ich geb dir mal einen hier Ben hier neuer, neuer Drop alter warte komm schon baby alter gleich wenn der nicht so weit ist dann können wir da echt hin die wiegen alter naja das ist schon sehr weit ja will ich mal mit meinem geilen Eises mitfahren ja und ich können ja sowieso mal wieder in Richtung Auto gehen ja Sven willst du noch AR hier für ähm also ein mündungsvoller Dämpfer für AR ja geh mal ey wollen sie man oder hier und hier kannst du auch noch haben brauche ich nicht ich hab keine MP Curry game ich hab keine MP Kevin MP? ich hab keine MP oh Ben du hättest dich aber schön fest ey ich hab ne AKM Leute ne schöne AKM danke Dano für den Transport hier ist auch offen ne Auto ja Alter scheiße fuck Auto Leute ja die sind ausgeschrieben Bronzo komm 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 ja hast du es gesehen? vor Ort wo ist da vorne aufgenommen hier ist einer bei mir genau ja ja ich seh ich seh rechts rechts komm hier hab ihn fliegt nice hol mich schnell hol mich schnell nice ist down habt ihr alle vier? ne einer fehlt noch einer fehlt noch der ist bei mir linksseite linke seite ihr müsst kommen Jungs hier genau bei uns oben im Haus war der glaube ich sicher? ja ich hab gerade Treppen gehört ja er lässt er rein oder? warte da schmeißen wir doch immer ne Nate rein in die Bude ja logisch ok wo ist denn hier? ok warte warte ganz nach oben fliegt ne Nate rein ganz nach oben fliegt ne Nate rein ha ihr fliegt irgendwann hinten alter ok Patrick Auto mach Auto come on man ah fuck is down is down is down nein Patrick ist tot alter oh my god konnte das passieren Leute man pay alter du könnt mich da nicht zurücklassen scheiße man pay verloren ich dir scheiße haben die irgendwas Curry? ach scheiße man das ist echt kacke boah geil ein Zweier hier ist ne M4 drin nice man fangpuls da ey Brottson lass mir bisschen die da bitte ach scheiße Patrick alter danke ja schon gut ich hätte ein bisschen warten sollen wir hätten das ein bisschen runterspielen können eigentlich nicht gealli alter geil echt jetzt ein Acht da nice krass ey wo ist das Schalldämpfer? ey wo ist das gar alter hä? was hast du bei Schalldämpfer geklaut? ok ich hab ne neue Zone über Rossock ey ok für Patrick machen wirs jetzt alter ey nice ey der Schalldämpfer ist weg Leute ey der Schalldämpfer ist weg Leute ich hab noch ein zweifach ne K ist hier alter so wir die nehmen die ey wolltest du musst den Schalldämpfer aufgucken oh ich nehm auf jeden Fall die K mit ich nehm die K mit wenn die keiner will dann nehm ich die mit hier ist auch ne Vektor Leute hm glaubt ihr mir einfach mal nen Schalldämpfer hier hab ich wieder rausgekommen kannst du nehmen da ne ne ruhig ach freut ihr eh nicht den Scheiß ok danke haha genau Curry hier ist ne K und äh ja die K nehme ich auf jeden Fall mit alter ja und nen Wangenpolster hat der auch Curry kannst du nehmen erweitertes Schnellwechselmagazin hier ist alles alter hier ist Griff Geil hat der auch noch was für das Steilballer ey das ist ja wie auf dem Bazar hier hä warum steht da Motorrad hier drin keine Ahnung steht Motorrad drin nehmt ihr das hier oder so ok hier ist auf jeden Fall noch ne Vektor ne die müsst ihr ja haben Leute die müsst ihr mitnehmen hat jemand noch ein Schmerzmittel also mich mich solltet ihr auch looten ne wenn ihr es noch nicht gemacht habt hier sind zwei Ender-Things aber ich brauche auch einen ich bin auch noch zwei ich nehm nur einen dann drop ich dir den ja cool danke man aber das bin ja sogar ich das war scheiße man wir hätten nicht gebraucht jetzt ja das war doof ich bin zu spontan da oben rein ja das Problem ist wir hätten wir hätten den eigentlich nicht mal so pushen müssen weißt du der hätte auch keine Chance gehabt und hätte ich auf dich gewartet dann hätte er mich nicht ausmocken also hätte er mich nur ausmocken können hättest du ihn getötet dann hättest du mich wieder geholt woher mal einen 9mm irgendwie sowas ich hab nämlich 180 Schuss aber das ist zu krass also ich hab jetzt ne Skar ähm Dings Quatsch ich hab jetzt eine SKS mit einem 8-fach Scope 8-fach Scope? what the fuck hast du noch nen 4er oder so aber tu das doch auf die K98 ne 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 Skars auch ne Skars auch ein Sniper ich hab nen 4er drauf ja aber mit der K98 wäre das geiler glaub ich das ist das 4er wer besser für die Skar dann hast du noch nen 4er Curry? ne leider nicht ich kann den 2 ergeben bei er habe ich 1 aber gut gemacht jungs außer bis auf patrick aber sonst ja danke jetzt alles ich bin ab dem kompletten los aber jetzt schon getötet waren das hier das von 4 4 4 kunden zone alter schwede wir auch zwei gekillt von der seite könnte markieren wo wir ihn wollen oder mal dein auto schon fast dauernd das ist die andere kann das geile der polze vom motorrad umgefallen was das hier für eine folge erst der mexik jetzt hier das hier aber leider ein mann verloren wir werden ein grabenstein errichten aber das ist ja ich habe so was wenn immer einer irgendwie stirbt oder so aber weil ich sage natürlich geschwächt weil wenn wir das thema headshots aber so ist es halt werden halt dafür vier leute ein ganzes team ausgelöscht nur einer gestorben ist okay ich habe eingeholt weil wir haben es als relativ schnell aufgeteilt der motorrad gefällt ich bin da von der rechten seite und haben die von rechtzeit ja genau patrick und ich sind von links und die über das gar im nahkampf alle ja das ist kein nahkampf auto in die weg frauen alter jetzt habe ich den charlie danke vor uns zu machen du bist ein bro alle da lässt mir einfach den charlie obwohl ich ihn zuerst mit ihm habe aber ja warum machst du nicht bewusst hab ich hab ich hab ich doch ich war die architektur eines kfz auch nicht mehr wann wir jetzt mal wieder richtig sommer drei sommer hier für die welt war nicht so schnell kürriert oh oh holy moly blau oder was da steht ein auto mit töten weißt du ich sind da drin ja da sind sie hinten irgendwo glaube ich schule oder so was ja ich bin fast da ist das hinten ja das ist nicht von hier das ist von hinter euch also rechts von dir keller oh gegenüber ist auch was hinter euch war auch was glaube ich oh fuck ja schule und gegenüber ey boah alter fuck lass mal abhauen hier wieder im dacia da kommt der nicht mehr raus so warte 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 boah den leider keine ahnung von wo alter boah das kommt irgendwie seitlich der gegenüber halt oder ah der steht hinterm hinter diesem gelben wagen ist der ich weiß nicht wo der andere ist ich weiß nicht wo der andere ist pass auf Leute vorsichtig 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 ah hinter uns ist die schule alter wir sind hier ne zange Leute ja wir müssen hier weg irgendwie ne das war denn vor allem die zone kommt jetzt ne ey von wo ist das denn jetzt na ich liege ja hä ja das ist schule gewesen und sie würde nein das ist hinten hinter uns leute hinter uns einer hat einen schalldämpfer noch irgendwo wir müssen gleich ey curry wir haben nur eine chance oder wir müssen jetzt wir müssen das auto ein direkt go machen aber das ja aber smoke 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 das auto eins ja stimmt das recht ich hab ne smoke alles smokes aufs auto einsteigen abhauen ich mach hier hinten kommt einer Curry hinten kommt einer Vorsicht wo hinten war das hinten S hier bei uns bei mir gerade von wo ich weiß nicht wo der ist Ben ja ich hab keine ahnung wo der ist liegt es da vorne bei dem Stein genau wo ich hingucken für mich hinter dir hinter dir kommt jetzt alter Schwede Junge ey das gibt es doch nicht ey passiert ne schade wir hatten eigentlich keinen Loot aber das viererteam das andere haben wir auch ausgeschaltet von daher kann ich nicht das stimmt ganze neue Kids vorne also dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von PlayerUnknown's Mattergrounds die gibt es dann am Mittwoch ja am Mittwoch um 16 Uhr 16 Uhr ja seid dabei und äh jetzt kann ich noch unser Dutch haben Curry Statement nee das ist traurig ich bin traurig dieses weitere drei zwei drei 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 vier 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 vier